Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit der lieben Sonja und dem Philipp auf der neuen Map unterwegs. Wir hatten eine sehr, sehr spannende Runde, in der es wichtig ist, gut zu hören. Warum wir nicht gut gehört haben oder warum ich nicht gut gehört habe, müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf fordert ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Ich bin mir nicht sicher, ob von rechts nicht gerade Raben hoch sind. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht mehr geht, ob es nicht mehr geht, ob es nicht mehr geht, ob es nicht mehr geht. Ich bin mir nicht mehr auf dem Spielkrank, weil es nicht mehr geht. Aber es ist nicht mehr auf dem Spielkrank, weil es nicht mehr geht. Ah ja. Steckrüben-Kartoffensuppe mit... Boah, ich bin dabei. Sensationell. Ich liebe Steckrüben. Boah, Steckrüben sind einfach das Beste. Oh! Ähm, Westen. Ich sehe ihn nicht. Egal, die wissen eh wo sie sind. Hier vor uns. Oh! 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 rusty! Oh! Oh! Die Hive da oben ist jetzt scheiße, richtig scheiße, sehe sie halt noch nicht. Die Hive da oben ist, die Hive da oben ist. Nice, Fallen gesetzt, Aufzug hoch geholt. Die Hive da oben ist, die Hive da oben ist, die Hive da oben ist. Siehst du halt da nicht rein, das ist ein Riesenproblem. Philipp, kannst du das Fenster hier mal kaputt schießen, das da? Geil, danke. Einer dopt sich. Ja, geil. Wo kommt er denn her? Hinter mir kommt einer. Das ist der dritte Maid von denen wahrscheinlich. Ne, neues Team. Einer muss genau vor mir gesessen haben. Hinter mir. Von hinten. Ja, neues Team sag ich ja gerade. Ich hab ihn auch nicht gehört, überhaupt gar nicht. 6 Meter. 6 Meter. Ihr bei mir auch 6 Meter. Hab ihn nicht gehört, 0,0. Eine geht den Turm hoch. Ja, 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 ich hör's. Warte jetzt erstmal kurz, bis die rankommen. Philipp, hast nen Käfer? Ja. Kann ich den sogar so zünden, dass... Ja, hat funktioniert. Aha. Weil dann hab ich nämlich noch einen Reserve. Wunderbar. Der sitzt noch im Turm. Du hast halt auch ein Nebenohr, oder? Einer ist aber auch rechts. Ja, aber ich glaub nicht nah genug. Nein. Und ich sitz hier eigentlich ganz gut. Gerade. Noch. Ich hab den nicht gehört, ne? Nee, ich auch nicht. Sonst hätte ich ja nicht versucht, dich zu nehmen. Ja, der direkt neben mir sitzt. Einer ist noch im Wald links. Einer kommt jetzt nach rechts. Einer im Turm. Einer im Turm. Der sitzt auf mir drauf, der Typ. Wunderbar. Sehen da aber nicht. Oben am Fenster ist einer. Wahrscheinlich am Fenster. Nee, nee, nee. 19 Meter. Jetzt hat er mich gesehen. Da sitzt er. Da siehst du ihn. Ja, ja. Jetzt ist er rein. Ja, na klar. Einer läuft schon im Innenhof hier, Romeo. Ach du Sau, ey. Ist nicht mehr da. Nicht mehr. Wenn einer noch im Turm sitzt, hab ich ein Problem. Willst du den Negro versuchen nochmal? Ja. Da oben an der Schiebetür war einer. Ja. Mhm. Wieder zu. Mhm, trocken Sound noch. Muss einmal schießen. Soundbuck. Soll ich dir die Tür aufmachen? Mhm. Ich bin am überlegen. Ich mach Dings, ja. Ich mach Remedy. Okay. Hier kannst du nicht durch. Oh. Du musst drüberspringen. Da liegen Fallen. Ja. Oh Mann. War Turm noch drin? Nee, ne? Weiß ich nicht. Aber ich hab ihn eben nicht gesehen. Jetzt geht's rund. Jetzt hätten wir uns eigentlich einmischen müssen. Nee, das ist nicht das Bounty. Nur ne Auto halt, ne. Die sitzt noch drin. Ah, okay. Die Bounty. Einer von der Bounty hat auf jeden Fall keine Sicht mehr. Mhm. Da gibt's noch einer. Der lebt noch. Einer von den Bordnissen ist losgestorben. Jetzt müsste man Schlange haben. Hab ich! Ja, guck mal wo du bist. Wer lebt denn da? Mr. Blackpool, hi! Oh, Soundbug. Und sie warte ich nur auf meinen Push-Partner. Warte mal. Der da? Der hier hoch? Okay. Ja, schwierig. Einer wieder im Boss-Haus-Tor. Da war einer gerade durch. Ich bin gerade hochgelaufen. Kommende Nate? Ja, das ist der Charakter. Mhm. Mh. Ja, die pushen von der anderen Seite gerade rein über die Rampe. Die pushen raus? Ne, rein. Heine gemacht. Steht auch einer auf dem Dach hinten. Ich glaub der auf dem Dach. Einen hab ich. Einen hab ich. Ich bin ultra low. Zu zweit stand hier. Einen hab ich. Ja. Den anderen hab ich auch. Nice. Oh mein Gott. Ich hör noch einen hier am Dach hinten, glaub ich. Ja, ja. Bin grad am Nachladen. Ich glaub der hebt den jetzt. Weimann auf dem Dach. Ja, ja. Er hat den gehoben. Nein. Ach, da unten auf dem Dach. Ja, ja. Den grünen waren sie noch. Dieser Sound Bug. Ich. Ohne weg. Geht aber auch nicht weg der blöde Bug jetzt. Ja, einer ist doch unten an der Hütte. Ja, beide unten. Meine? Einer. Einer links unten, einer rechts unten. Meinst du ich treff den mal? Ja. Ja. Im Haus jetzt drin. Einer hat Hit. Einer tot. Ne, da. Einer noch dahinter. Ja. An der Ecke. Hat mich. Und ich hab meine Pumpe zum Puschen nicht. Er ist hier drin. Er ist hier drin. Scheiß Bug. Ich weiß nicht wo. Ich seh ihn. Hab ihn. Nice. Das war's. Nice. Oh, dieser Sound Bug ist furchtbar. Oh, darf ich die Crown hier nehmen? Ja. Hier läge noch eine Uppercut. Oben war noch eine Dolch. P. P. Oh, Achtung. Ich weiß nicht ob ich glücklich bin mit dem Mikrofon, wenn ich ehrlich bin. Weil umso lauter ich bin, umso leiser hört ihr mich. Das ist ein bisschen schade. Irgendwann mal... Die Ahren deiner Mates danken dir. Irgendwann mal kaufe ich mir das Shure SM7. Keine Ahnung. Aber das kostet 300 Euro. 300. Die haben's nicht alle. Ja, es wird Zeit für ein neues Mikrofon. Ähm. Aber die Tage gibt's tatsächlich ein neues. Dank dem lieben Shirley. Vielen, 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 vielen Dank. Das kaufe ich ihm nämlich ab. Ähm. Zwar heißt das nicht SM7, sondern MV7. Das habe ich gemeint. So. Ähm. Ja. Ich habe den da nicht gehört. Keine Ahnung warum. Aber ich habe den einfach nicht gehört. Und Sonja hat den ja hinten auch nicht gehört. Aber Sonja hat halt Neko gemacht. Da kann sie ihn nicht hören. Ich gehe davon aus, dass der diesen... Diese... Diese Brücke darüber geschlichen ist. Und dann auf einmal hinter mir gestanden hat. Aber... Keine Ahnung. Denn ich habe extra aufgepasst jetzt im Schnitt. Ähm. Die Tür innen drin ging nicht auf. Und innen drin saß auch keiner. Das muss... Also er muss mich von hinten erschossen haben. Irgendwie komisch. Vielleicht ging hinten die Schiebetür auf. Man weiß es nicht. Ich habe es jetzt nicht gesehen mehr im Schnitt. Aber naja. Ähm. Ja. Das war ein Tag. Da hatten wir sensationelle Runden. Da haben wir aus tatsächlich... Vier Stunden haben wir nur zwei Runden verloren. Eine Runde ganz am Anfang. Das war voll für den Arsch. Da haben wir direkt am Anfang aufs Maul gekriegt. Und dann irgendwann mittendrin nochmal eine Runde. Die war mega ärgerlich. Die war super ärgerlich. Da wurde nämlich gerade einer aufgehoben. Necro gemacht. Und ähm. Dann habe ich Schattensicht benutzt. Und der ist neben mir aufgestanden. Und dann hatte ich keine Chance gegen die Afto, die er hatte. Ähm. War ein sensationeller Tag. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Runde. Ähm. Heute Mittag wieder live ab 14 Uhr. Wird mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen. Auf Twitch natürlich. 1049.de heiße ich dort genauso wie auf YouTube. Einfach 1049 eingeben. Da findet ihr mich. Ansonsten denkt an Game.de. Die sind unten verlinkt. Die haben ja nämlich das Teamspeak extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr auch nutzen. Unten ist auch die IP verlinkt von Game.de. Beziehungsweise von dem Teamspeak. Ähm. Besucht Game.de mal, wenn ihr selber Teamspeak machen wollt. Rootserver, Gameserver, Webserver, etc. Sucht. Seid ihr an einer Bombenadresse. Holy Energy ist unten verlinkt. Eine gesunde Alternative zu Red Bull Monster. Kein Zucker, kein Scheiß. Nur natürliche Inhaltsstoffe. Schmeckt mega. Guckt's euch mal an. Ähm. Unten der Link und zwei Rabattcodes. Und ich hab grad einen Karo Kaffee getrunken. Und irgendwie ist der mir nicht gekommen. Mögt ihr Karo Kaffee? Irgendwie ekelhaft. Aber ich kann leider keinen normalen Kaffee mehr trinken. Wegen Koffein und so. Ähm. Geht gar nicht. Apropos Koffein. Ähm. Holy Energy hat natürlich auch Koffein. Darf ich leider nicht trinken. Ähm. Aber. Holy hat auch Eistees und Hydration Drinks. Guckt's euch mal an, wenn ihr auch nicht so auf Koffein steht wie ich. Beziehungsweise ich stehe drauf, ich darf's nur nicht trinken. So. Ähm. Unser Discord ist unten verlinkt. Und jetzt habt einen sensationellen Tag. Haut rein. Tschüss. Enigs gar nicht mit der Wind. was heißt sowieso,